guten tag leute und ihr wisst ja noch den raum den gamingraum den ich also zu einem gamingraum mache ja ich zeige ich jetzt mal wie der gemacht wird weil da wird ja alles neu gemacht tapete boden also richtig viel tür und alles und ja ich habe jetzt ungefähr drei tage gebraucht um die ganze tapete so abzumachen es das ist eine tapete mit zwei schichten deswegen ist noch nicht alles weg ich zeige euch das einfach mal ja also schon sehr viel und ja ich zeige euch jetzt mal was hier drunter von dem boden ist weil der ist halt das wundert mich ein bisschen weil das ist ein bisschen komisch aber ja ich muss man sieht jetzt keine ahnung ob man es gesehen hat aber ja was ich jetzt noch ein bisschen versuche ist tapete abzumachen ich würde sagen wir sehen uns dann gleich wenn ich noch ein bisschen tapete abgemacht habe kurz und bei euch was zu zeigen so sah die tapete aus nicht das schönste deswegen kommt das weg und ja ich würde sagen wir sehen uns dann gleich wenn ich ein bisschen was abgemacht habe gut ich habe jetzt noch was abgemacht und ja ich habe auch noch diese hatte diese lampe hier gemacht weil es sieht ja nicht schön aus ja übrigens übermorgen kommt wahrscheinlich noch ein video online mit dennis ich erkenne ich glaube ich noch nicht ja wir gehen auf jeden fall auf bubble tea kaufen wir werden noch irgendwelche anderen sachen machen aber hauptsache ich gehe auf bubble tea noch mal kaufen weil er hat halt noch nie bubble tea getrunken und ja ich würde sagen das war das video ich hoffe dass das video geliked weil meine videos halt gar keine aufmerksamkeit mehr bekommen sogar weniger als am anfang ich meine wenn ich jetzt bei den letzten videos und so alles durchgucke immer nur ein aufruf also ja like das video gerne abonniert mich gerne und aktiviert die glocke gerne ja